Hola Hombrez, me am uga ma fo, le me blá espanol, ni que se gustó como yaas. I ain't here for the money, I ain't here for the fame, so it might be nice to go on the jam. Ich bin heute mal wieder ans Intro, denke, das heißt, da hab ich aber gestern auch schon dran gedacht, und weil, per, weg, ich bin auch dumm, ähm, weil gestern die Resonanzen auf, äh, die Runde auf Narek's Face so gut, ich hab zu Ende, äh, ich hab vergessen zu Ende zu sprechen, ich wollt sagen, weil die erst dann so gut ankamen, By the way, ich nehme die noch an dem Tag auf, bevor die gestern angekommen ist. Deshalb verlasse ich mich auf euch. Also, ne? By the way, ähm, Herr Kompettentausch, Digi, soll mir recht sein. Ähm. Wieso bin ich eigentlich schon wieder, äh, sag ich den jetzt mal nicht über die komplette Map, aber wieso bin ich schon wieder neben gleich Mitte? Auf jeden Fall, also da ich das gerade vorproduziere, weil ich heute ein bisschen mehr Zeit habe als sonst, äh, setze ich jetzt einfach mal drauf, dass die Folge gestern sehr gut angekommen ist. Und diesen Fight werde ich nicht eingehen, weil ich weiß, dass ich den so wieder, ich gerade spiele, verlieren werde. Der Hit sah unlegit aus. Hacke ich? Fragezeichen. Nein, selbstverständlich hacke ich nicht, aber ich hatte schon ein paar, äh, Stellen, wo ich mir da wirklich dachte, jo, äh, habe ich vielleicht ein Invis drin oder was? Stimmt, ich hatte gar kein Bett mehr. Ja gut, wir sind es in der nächsten Runde. Äh, so, neue Runde, neues, äh, Glück. Vielleicht ziehen wir den diesmal, wir sind, diesmal sind wir Mini und unser Nachbar ist, glaube ich, Lumpy, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich muss mal endlich meine Deathadder, ähm, von meinem Schreibtisch nehmen, weil ich immer, ja, wow, ein Black Eagle FNA, äh, Skin, Aua. Äh, ich muss jetzt endlich mal, ähm, die, äh, meine Deathadder vom Schreibtisch nehmen, weil ich wirklich immer, äh, außersehen da dran komme. Okay, komm. Ja, komm, das war halt Low Ground und jetzt gestompt. Du fliegst. Ich hasse es, aus so einem blöden Leiterdings rauskommen zu müssen. Nein, wenn du jetzt auf Bettentausch aus bist. Hä, wo ist der Typ hin? Warte, das hier ist Pink, er ist Ehrenmann und springt runter. Danke an dich jetzt mal bei Quadrix. Ist Schwarz, der lebt noch. Beginn. So, also, ich hoffe, euch geht es gut. Mein Bett wurde abgebaut, finde ich sehr korrekt. Dann stack ich mal, weil da bin ich einfach inzwischen viel safer drin. Aua, okay. Nächste Runde. So, jetzt werde ich es aber schaffen. Ich bin wieder Päuschi. Okay, also diesmal werde ich es jetzt endlich schaffen, meine, eine Runde zu gewinnen. Ich muss sagen, ich überlege auch immer noch, ob ich, Aua, hätte ich den bekommen. Also hätte ich den Block Safe jetzt geschafft. Es wäre so geil gewesen. Ich habe immer noch überlegt, oder beziehungsweise ich bin immer noch dabei, zu überlegen, ob ich nicht, äh, ja, kommt, stopp. Oh mein Gott. Der R-Hit war sick. Ja, okay, dass ich den nicht bekomme, von mir aus. Ähm, ich wollte auch mal wieder ein bisschen mehr W-W bringen, als ich es momentan bringe. Ich finde es richtig toll, dass ich gerade gesandwiched werde. Ganz ehrlich, ich finde... Ja, moin. Mein Bett wurde abgebaut. Jo, danke, Ehrenmänner, dass die mich nicht sandwichen. Absolute Ehrenmänner. Auf diese, diese Map ist halt ein bisschen wie Platzangst. Da wird man ziemlich flott gesandwiched. Okay, und... Ja, wahrscheinlich finde ich es dann einen Block, oder wie? Ja, moin. Also Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich hoffe, dass euch gefallen hat. Wenn ihr wollt, dass ich wieder mal mehr W-W bringe, dann lasst unbedingt 38 Likes da. Bis dahin. Ciao.